hallo miteinander heute werde ich tomatensoße machen und diese tomatensoße werde ich verwenden um zwei pizzas später heute zu machen um die tomatensoße zu machen brauchst du gehackte tomaten frisches basilikum frischen oregano und die frischen oregano blätter sind sauce und dann salz und pfeffer und ja ich mische einfach alle zutaten zusammen dass zuerst hier basilikum dann die frischen oregano blätter die ich gehackt und zuletzt salz und pfeffer und ich rühre dann einfach alles zusammen und wo hast du eine feine tomatensoße für beispielsweise pizza